halli hallo hallo ich meine lieben freunde und herzlich willkommen zurück zu lara kraft and the temple of osiris ich bin der onkel und wieder mit am start ist der odin einen wunderschönen da bin ich wieder euer odin ja endlich geht es hier weiter endlich geht auf dem channel weiter das ist jetzt dabei wartet du hast dich so lange auf dem top gesessen nein ich meine endlich geht es auf dem channel was auch überhaupt wenn ich so das ist sozusagen eine der ersten aufnahmen leben haben wir jetzt wieder so ein ding ist wieder da sind die tötenküppel wieder da ich habe die nicht gesehen ja auf jeden fall ist es eine der ersten die wir zusammen da oben war noch eine kiste also die waren du musst die ja bezahlen geb mir mein geld auf was machst du siehst doch kaum durch hier wer wer ist ja da so dann müssen wir rein genau ja eigentlich müssen wir weiter links das ist so ein bonus hier waren wir doch schon oder ich weiß noch mal wie das spiel ging ach ja mit richtungstasten und dann in welchen stück und dann wie schiesig hat oder vorsichtig sauer ach so warte mal stell dich mal drüben auf den augen hebel und dann bist du hast die stadt oder ach so das ist ja wieder ditte wo war warte da brauchst du so probier doch mal warte mal ich gucke wo ich hin du musst über das spiegel das machen ja ich weiß ich hab ja nur gedacht dass ich den da treffe so wie man die ma du auf dass wir gehen da an macht also warte mal wir haben ja oben und schon ein so also mystik rein theoretisch gehen du kannst ja noch nicht genau warte mal so das ist richtig und dann geht es zu gehen ich hatte man zu gehen muss ja vielleicht gehst du mal auf einen anderen schalter das noch mehr spiegel hochkommt das meine ich ach so du musst ja alle mit ehemaligen das war ja wenn ich jetzt hier hin tue dann das geht da nicht da, da, da das ist auch falsch aber warte mal haben wir vielleicht irgendwas zum hinstellen vielleicht irgendwas oh ich bin gegen die stacheln gekommen haben wir keine kiste oder irgendwas ja guck mal kannst du vielleicht auch von wenn du hier unten den spiegel nimmst ich denke mal dass das bestimmte sinn ist dass du auch auf dem schalter stehst doppelt raus drückt also jetzt an den rechten spiegel geht bei der rechts oder rechts die rechts da wenn ich jetzt mit abstrahender den rechts spiele da ich zeig jetzt den zimmer und jetzt drauf zu den armen spiel doch gerade ich sehe ich hier runter geht ja da guck mal das ding ist dass du ja das obere da noch nicht heißt du musst jetzt irgendwie versuchen da durch noch zu schießen das würde ja auch nicht gehen höchstest du oder mal wenn du von hier aus aber dann haben wir genau stell dich mal hierhin stell dich mal hierhin und wo ich bin Achso warte mal jetzt muss ich den spiegel ja irgendwie versuch weg ja genau probiert geradeaus das ist wenn du oben drauf ziehst du hast du noch eine andere möglichkeit gehabt so ist es ja schon okay sie wird sie kommen unten genau durch ging durch aber oben ging kräftig mit jahren jetzt hatte komm mal her genau genau okay wir haben schon mal raus was du da haben musst jetzt muss ich bloß mal richtig zielen ja das ist ein bisschen schwer richtig zielen ich bin ich weiß dass ich definitiv was ich dich fülle jetzt Ah geil! Hast du es nicht? Doch, ne. Was? Herausforderungen Inventar neue Waffe Was ist das? Eine automatische Rückfindung Warum ist auch noch was? Ich glaube hier waren wir da schon, oder, Dicker? Was ist hier drin? Ist jetzt auch nichts mehr, oder? Ne, das war nur diese Gewähr, also wir müssen Das ist ja ehens von diesen Zielen, die wir haben Das war hier alle erfüllen müssen Das haben wir jetzt erfüllt Praktisch, sozusagen Boah, fehlt uns nur noch zwei Mal So, jetzt geht es da unten lang und hier oben lang Guck mal Warte mal, warte mal, warte mal Kannst du da durchschießen mit dem Geht, passiert Dreh zu schüt Ach oh, ich muss drei drücken, oder? Weg, weg Ein Krokodil Ah ja, verstehe Hä? Oh Okay, muss ich nochmal lang Oh, krieg Oh, krieg Wer braucht denn der? Jetzt Alle Schilder Warte mal hier oben Warte mal, hier oben ist auch eine Tür, da will ich gerne mal hin Da müssen wir ja irgendwie hoch rankommen Ja, ich denke mal, da müssen wir... Ne Da müssen wir bestimmt Tag und Nacht tauschen Warum? Ja, weil da so ein, so ein Symbol ist Auf der einen Seite und auf der anderen Seite Könnt sein Guck mal da, drück mal, mach mal Dynamit Mal, guck mal, was passiert Na, ich denke mal, wir können ja bestimmt die ganzen Dinger Und die ganzen Schilder machen Na, dann machen wir das Entschuldigung Ach, ich hab dieses Ding pflückt Okay Zündermin Oh Das war unerwartet, aber schön Das war unerwartet, aber schön Das war unerwartet, aber schön Ist doch gut, dass er doch immer kam, war? Ich bin mit dem Diamanten nicht Da bin ich mit dem Diamanten nicht Tja, wenigstens wissen wir, was uns erwartet Mhm Oh, noch eins Oh mein Gott. Hä? Ach, Vorsche. Okay. Ja, ist doch noch ne Ernst. Ich muss das Wort bestimmt noch synchro gefallen. Wenn man Krokodil, wenn man Diamant und dann ist noch irgendwas anderes. Vielleicht kriegen wir jetzt auch den Weg frei. Den Weg? Ne, noch mal Diamanten. Okay. Yeah. So, noch mal Diamanten. So. Na hier, da ist so ein Wasserzeichen. Dann siehst du hier, Mond und so. Und da drüben ist das O. Also denke ich mal, wenn wir das Wasser absenken, haben wir da eine Chance, dass wir hier irgendwie eine Plattform heben können, dass wir dann da rüber kommen. Weil da drüben ist auch wieder so ein Zeichen. Denken wir, das können wir nachher machen. Eben. So. Oh, jetzt kommt was wichtig. Oh, nee, doch nicht. Nur der Anfang. Okay, dann. Was sagt die Zeit? Die sagt 14. Okay. So, okay. So beck war der Gott vieler Dinge. Kommt ganz auf den Chronisten an. Die griechischen Historiker konnten sich nie so recht einigen. Die Griechen? Gibt es diese Emporkömmlinge noch oder haben sie sich inzwischen zu Tode diskutiert? Über den Teil der Geschichte reden wir später, Horus. Seht mal da, das sind einige seiner Namen. Er, der mit dem schönen Gesicht und er, der... Dieses Wandbild stellt ihn als Gott des Nils und des Wassers dar. Und genau das sind die Mächte, die Seed jetzt besitzt. Kommt, wir müssen einen Weg finden, um die Fluten aufzuhalten. Hauptsache, wir haben ja nichts regelt. So. Warte, mach mal deine Dings. Warte, warte, warte. Komm mal. Ich glaube, jetzt wissen wir, was da drüben ist. Achso, da kommen wir doch wieder hin, oder nicht? Wie denn? Keine Ahnung. Oh! So ein Diamanten, Digga! An diesen Stacheln vorbei! So, jetzt da. Scheiße, jetzt haben wir natürlich was verpasst. Oh! Da oben. Ich brauche, jetzt schütt, schütt. Ja, jetzt schütt. Jetzt! 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 Ich hab das noch ein. Ich hab das noch ein. Du musst weiter hoch Alter Warum spring ich denn immer vorbei? Du sprichst bei mir in der Ruhe ruf Oder? Schlüssel, weiter hoch Ruf doch weiter runter Weiter hoch, weiter hoch Alter Gibt's doch gar nicht Hä? Lass mich mal von hier aus springen Von hier oben Ok, so weit komme ich nicht Gibt's doch gar nicht Wer komme ich denn hier an diesen Hier irgendwie ran Schlecht von Fenster zu Fenster hüpfen muss Ich spiele noch genau rein Verstehe ich nicht Wo ist es noch weiter oben? Keine Ahnung Mh Vorsichtig Es ist nicht schön aufgespießt zu werden Achso da musst du da rum Ach guck mal Das hab ich die ganze Zeit vergessen Feuer kannst du machen Genau da war da oben noch ein Feuer Ding Ne du musst weiter rüber Rechts Ne andere Seite rüber Da wo das Feuer ist Da musst du stehen Und den Haken machen Ne Nicht zu mir Da oben hin Achso Ops Da Wurde auch nicht so Gleich los Ja Da ist Toste gekommen Da hättest du Ne Achso Achso Besser Warte Warte Kommst du da gar nicht ran Achso Achso Da musst du auf mich zielen Dann komm ich doch auch durch die Staffel Dann muss sie oben Dann muss man oben hangeln Links rechts Dann hoch Genau und wenn hochziehen Dann kannst du doch links rechts irgendwie machen Dass sie den Wand links rechts ziehen Genau Da wozu denn die stacheln gehen wir mal feuer an da hast du gut zu sind dann die stacheln vielleicht kannst du jetzt warte mal also du kannst es noch mal rein hüpfen gibt es doch mal zurück kannst du die stacheln drüber oder machst du was kannst du in reingehen ich kann nicht rennen und jetzt also jetzt kann ich hier lang gehen ich kann ich auch nicht was haben wir jetzt gemacht sehr undurchsichtiges spiel immer mal licht ein hartes licht an meine getroffen sind dort ja den hast du jetzt verkackt den drüber oh oh uiuiuiui komm ich gar nicht hoch wo geht es denn nun wieder weiter ups aus Versehen die müssen wir hier irgendwie hm wovon eine leiter oder irgendwas hm 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 kannst du dich irgendwo hochziehen kannst du wie ein haken machen im wasser ne leider nicht ah ah und oh kann das wasser nämlich trotzdem hochfahren ach guck mal ach guck mal alter wo du warst doch hier oben neben mir ne 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 das ne ja ne he ja ne ne was sind Ja, wir haben den Schädel. So. Ich glaube, wir hier drüber angekommen sind. Oh, kommt ein Video. Den müssen wir noch besiegen, so wie das aussieht, Onkel. Mhm. Hoch! Ganz drüber hoch. Oder ne, ich dachte. Hast du auch so eine Selbstzünderbombe-Mine? Ja, ja. Jetzt kommt noch. Guck mal, weggesprengt die Sau. Ja. Und steil, ne? Jetzt ist aber... Guck mal, noch nicht. Ach, das ist ja der Boss. Jetzt. Jetzt aber. So haben wir den Licht an. Warte mal, ich will aber noch nicht hoch. Da geht es gar nicht weiter so. So, liebe Freunde und immer jetzt hier weitergehen. Komm mal Licht an, erst mal vorher. Wurde ich jetzt mal sagen, machen wir erstmal hier... Ja. ... im Gelände, meine lieben Freunde. Und ja, da würde ich sagen, war auf jeden Fall lustig. Und sehen wir uns dann beim nächsten Part wieder. Und ja. Ja, kommt irgendwann. Kommentare. Abo. Geiles. Wundervoll. Okay. Also dann. Ciao. Tschüss.